Hallo Freunde, ich bin's euer Erik, Game Master 2000 und wir kommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, wir machen genau den gleichen Gewinnspiel wie letztes Mal. Wir bewerben eure Häuser und erstellen eine Liste am 29.11. und gewinnen kann man 500 Jams von 50.000 Münzen. Schickt eure Anfragen an StarMonsterHB, Hashtag 530. Ich würde mich sehr gut freuen, wenn alle da mitmachen würden. Und ja, wir starten jetzt einfach in das Video rein. Los geht's! Flamingo 20 ist am Start. Was ist denn in ihrem Haus drin? Oh, geile Bühne. Krass. Einfach in so ein Anfängerhaus. Meine Güte, ich muss mir auch mal dieses Klo gönnen. Geil. Hier mit dieser Bühne gefällt's mir am meisten, Leute. Und das ist das allererste Haus, was auf meine Liste kommt, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Anfängerhaus. Flamingo 20, okay. Als nächstes schaue ich mir OJ an. OJ. Der jetzt 50 Likes. Mal sehen, was in ihrem Haus drin ist. Oder in seinem? Egal. Oh! Geiler Boden. Wo bekommt man eigentlich diesen Boden her? Ich hab' keine Ahnung, wo man eigentlich diesen Boden bekommt, Leute. Oh! Meine Güte! Was ist denn hier los? Oh! Haar, Leute! Das ist voll krass. Hier ist dann noch so ein Hack-Katz. Was ist das? Ich hab' keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und hier sind dann noch solche Platten. Okay, wir wurden rausgeschmissen, aber mir hat das Haus megadoll gefallen. 25. Okay. Mal sehen, wie viele Likes. Bestimmt viele. Ja. Okay. Jetzt geht's hier rein. Rein speziert. Schau mir gleich dein Haus an nach Irem 23. Okay, das Haus hab' ich nicht. Ich hab' mir ja schon mehrmals angeschaut. Aber nicht auf diesen Account, auf meinen Haupt-Account. Also kenne ich hier relativ alles, aber ich zeig's euch noch mal. Nehme ich halt meine... Ja. Willkommen zu. Und ich nehme jetzt hier einfach eben welche Helme oder so. Ja. Schuhe. Und jetzt hab' ich ja schon. Okay. Ich muss jetzt wieder hoch, hoch und hoch. Ja. Und hier. Was ist das? Okay. Jetzt nehme ich diesen Fahrstuhl, um den Back zu schaffen. Nämlich, dann ist man hier oben. Und dann kann man hier runter springen. Ganz easy. Springe runter. Juhu. Und jetzt bin ich hier aus dem Haus und bin ich wieder drin, ne? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich geh' noch mal raus. Okay, hier ist Lina. 9, 9, 9, 9, 9. Wie viele Lina. Wie viele Likes? Wie viele Likes? Wie viele Likes? Wie viele Likes? 168. Okay. Okay. Ich glaube, sie hat ihr Haus umgebaut. Also, Jami, Lin, Gruner. Ich heiße hier auf diesem Account, wo ich die Häuser bewerte, Star Master HB. Alles kleingeschrieben, außer der erste Buchstabe und HB. Beide Buchstaben auch groß geschrieben. Okay. Leute, könnt ihr mir mal sagen, wo man diese rungenen Wände bekommt? Ich hab' keine Ahnung, wo man die bekommt. Wo bekommt man das eigentlich? Ich hab' keine Ahnung, wo man das bekommt. Okay, soweit ich sehe, hat es hier sich nicht zu viel verändert. Ja. Nicht zu viel, aber war auch sehr krass. Und geht auch damit auf die Liste. Selina 9999. Okay. Jetzt muss ich nur noch in das Haus gehen. Okay. Name schon mal aufschreiben. Oh, 1245 Likes. Okay. Juliana. Ich will nicht hier sein. Ich muss hier rein. Endlich. Na, gestern war es genauso. Du hast immer das erzählt. Auch gestern. Genauso wie heute, okay. Das ganze Haus kenne ich ja schon. Ja, ich brauche euch gar nichts zu erzählen. Das Haus kommt direkt auf die Liste, Leute. Das kommt direkt auf die Liste. Ich muss gar nichts dazu sagen. Das kommt. Das kommt. Das ist der Juliana. Wer als erstes sich zu mir teleportiert, zu denen gehe ich auch. Okay. Game Girl. Zu ihr gehe ich jetzt. Äh, die war da hinten ist sie. Okay. Jetzt gehe ich zum Game Girl. Oh, den 500 Like habe ich gemacht bei Game Girl. Okay, hier, da oben sehe ich schon mal ein Parcours. So, ein Gang nach oben. Gehe ich direkt mal drauf. Oh, hier fängt auch schon der Parcours an, den wir am Anfang gesehen haben. Oh nein, ich bin runtergeballen. Wieso? Okay, dann versuche ich es jetzt noch einmal. Leute, das Haus habe ich mir schon mal angeschaut. Und das ist mega krass, dass dieses Haus nehme ich auf die Liste. Und weiter seht ihr die Häuser, die ich mir offline angeschaut habe. Also jetzt nicht nur so als Stream, sondern einfach so. Und davon habe ich auch eine Aufnahme gemacht. Und so geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.